Oh, mit dieser Halskette seh ich genauso aus wie Cleopatra. Und jetzt gehört die Hauptrolle nur mir. Allein. Das muss funktionieren. Cleo, pass auf! Was sollen wir nur tun? Oh, wenn wir den Rand übertreten, sind wir wieder im Wohnheim. Wir müssen den beiden doch helfen. Nein, Nefra! Ich schaffe es nicht. Versuch dich festzuhalten. Als ob ich deine Wahl hätte. Nefra! Normalerweise bist du ja immer die Mumie, die alles weiß. Also, was soll ich tun? Welchen Schatz hast du vorhin berührt? Cleopatras Halskette, die mit den Anhängern und dem ganzen Schnickstack dran. Aber wieso tust du denn auch sowas, wenn du nur... Ja, ich weiß, ich genüge nicht deinen hohen Ansprüchen, aber ich versuche es, okay? Das meinte ich nicht. Entschuldige bitte. Ist jetzt doch egal. Die Sonne untertickt. Entschuldigen wir uns später. Okay, diese Halskette nennt sich das Herz der Cleopatra. Du musst, um zu entkommen, die Kette wieder zurücklegen oder ihren Preis durch etwas Gleichwertiges bezahlen. Durch ein anderes Herz. Okay, das ist leicht. Dann BG. Cleo! BG bedeutet bis gleich für den Fall, dass man das in Scaris nicht kennt. BG.